Im hellblauen Blazer, violetten Sommerkleid oder doch im neongelben Tüll-Look, die royalen Damen sind bekannt für ihre Hingucker-Outfits. Doch so viel Modemut, wie Kronprinzessin Viktoria von Schweden bei der Verleihung des Polar Music Prize 2023 in Stockholm beweist, sieht man selten. Zusammen mit der schwedischen Königsfamilie posiert die 45-Jährige mit den diesjährigen Preisträgern, die beninisch-französische Sängerin Angélie Kidio und der britische Rockmusikproduzent Chris Blackwell. In ihrem ausgefallenen Look wird Viktoria zum Star der Show, schon von weitem sticht die Fashion Queen im strahlenden Neongelb sofort heraus. Das voluminöse Tüllkleid für 399 Euro stammt von der Circular Design Story Kollektion aus 2021 von H&M und ist aus recycelnden Polyesterstoffen hergestellt. Die knallgelbe Farbe erinnert ein wenig an einen Look des deutschen Topmodels Heidi Klum im März 2023 bei der Elton John Oscar Party. Die 49-Jährige erscheint hier in einem pompösen gelben Federkleid. Eines ist klar, sowohl Hollywoodstar Heidi Klum als auch Kronprinzessin Viktoria schrecken nicht davor zurück, mit ausgefallenen Looks und knalligen Farben aus der Menge hervorzustechen.